Was sich wie die Textseile eines Songs anhört, ist bei uns bei MeinCore ein gelebter Leitsatz. Neben unserem umfangreichen Produktsortiment, gerade für das Sanitär- und Heizungshandwerk, heißt unser Kernprodukt Kundenzufriedenheit. Die Geschichte der MeinCore-Gruppe, die im Jahre 2004 gegründet wurde, liest sich wie ein Erfolgsroman. Das junge, innovative Unternehmen mit 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an sechs Produktionsstandorten erlebte ein atemberaubendes Wachstum. Zahlreiche Preise aus Politik und Wirtschaft spiegeln diese beeindruckende Dynamik wider. Eine hohe Dynamik birgt auch immer die Gefahr, dass sich bei ändernden Rahmenbedingungen auch Engpässe entstehen. So mussten wir Ende 2013 die Unternehmensgruppe umstrukturieren, um möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. Dabei durften wir erleben, was Partnerschaft heißt. Seit vielen Jahren ist MeinCore einer unserer verlässlichen Partner im SAK-Verband. Auch wie das Schiff ein bisschen ins Wanke gerade ist, kann ich aus eigener Erfahrung sagen als Trainer. Da lässt natürlich die Mannschaft den Trainer auch nicht im Stich. Und genauso haben wir es auch gemacht. MeinCore war unser Trainer und wir als Mannschaft haben natürlich immer zu ihm gehalten. Der größte Dank gehört unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die selbst in der schweren Zeit zum Unternehmen gestanden haben und jetzt die neuen Aufgaben mit Tatkraft anpacken. Der familiäre Charme hier im Unternehmen zeigt sich im guten Miteinander. Jeder steht für den anderen ein. Für das im Januar 2014 neu gegründete Unternehmen MeinCore Rohrsysteme GmbH und CoKG mit 220 Mitarbeitern sind nach wie vor die Ziele und Werte der Kompass für die Zukunft. Wir verarbeiten schon seit vielen Jahren die Flächenheizungsprodukte von MeinCore. An der Zusammenarbeit schätzen wir besonders die zuverlässige und termingerechte Belieferung. Die einfache und schnelle und saubere Verlegung spart Zeit und das Rohr und die Verbindungen sind dicht. Wir wissen nur mit Qualität gewinnen und halten wir unsere Kunden. Als Lieferantenpartner der Meister der Elemente verlassen sich unsere Kunden auf uns und unsere Qualität. Daher investieren wir in modernste Fertigungsanlagen. Unsere Industriekunden schätzen zudem den hohen Vorfertigungsgrad einzelner Zulieferkomponenten. Viele unserer Maschinen haben wir selbst konstruiert und selbst gebaut. Es gab schlichtweg keine Maschinen, die unserem Qualitätsanspruch genügen. Hier zum Beispiel sehen Sie die Verbundrohranlage. Beeindruckend sind auch die Fertigungskapazitäten. Mit der Jahresproduktion unseres Verbundrohres könnte man locker dreimal die Erde umkreisen. Auch wenn unsere Kunden keine Äquatorheizung bauen, können sie sich auf jeden Meter produziertes Verbundrohr in puncto Qualität verlassen. Dafür sorgen unser Qualitätsmanagement und unser Prüflabor. Als Zielgröße steht die 100% Qualität. Eine Maxime gilt dabei im gesamten Fertigungsprozess. Qualität wird nicht erprüft, Qualität wird produziert. Qualität umfasst auch die termingerechte Lieferung zu unseren Kunden. Unsere Zentrallager in Schweinfurt mit einer Gesamtfläche von über 54.000 Quadratmeter bietet Platz für über 3.100 Palettenstellplätze. Als verletzlicher Partner unserer Kunden liefern wir auf Wunsch auch viele Aufträge just in time. Service for you! Nehmen Sie uns beim Wort, wir freuen uns auf Sie! Das hilft, es heilt dich现! Detent zu dir, sowas im sogenannten Mies